Servus Niederösterreich! Ich bin's die Kattel aus Mistelbach und habe den WM-Titel im Natural Bodybuilding gewonnen. Wenn man im Leben unzufrieden ist, kann man einfach nur selbst etwas ändern und genau das habe ich gemacht. Auf Instagram habe ich eigentlich nie einen Plan, was ich wann poste. Ich zeige einfach meinen Alltag, was ich mache. Und genau das motiviert die Leute, auch aktiver zu sein. Früher habe ich mir gedacht, man kann alleine nicht glücklich sein. Aber genau das habe ich gelernt die letzten Jahre, dass man sich selbst arbeiten muss, mit sich selbst zufrieden sein muss und auch einmal aus der Komfortzone hinaustreten.